Prozent was ist ein weiter konnten Kinder in der Sasse an zum Besucher an er hat mich gerade Besucher an wir haben die Kinder im Knast ja echt mal Baby Knast es ist es ist Scheiße, der hat... der hat den Dingels weggesprengt. Der hat den Dingels weggesprengt. Hier kommt ein Schwein zu. Ja, ja. Sehr gut noch. Wollte kurz haben. Hm, nicht mehr. So. So. Wo hast du doch gleich noch die... Ach, die habe ich schon. Die Eisendinger, ja. Ne, ne, nicht nur. Aber ich kann mir einfach nur vorbei schlafen. Ja, sicher, was dort in der Ecke macht. Was da einmal sicher und dann sofort wieder neue. Alles ist ausgebrochen. So, wir machen mal den Fußboden aus Pflasterstein, oder? Welchen Fußboden? Den Knastfußboden. Okay, was ist das für ein Schussboden? Na hier, den Zellenfußboden zum Beispiel. So, ja, kannst du machen. Nichts aufgemacht. Ach nö ey, ich sag mir mal Bescheid, wenn jeder Tag ist und andere kriegt sich nicht mit. Wollen wir Schafe? Können wir zum Wolle hin setzen oder was? Ne, aber wir brauchen Betten. Aus dem Wissen willst du nur Betten haben? Boah, das ist ja Level. Was? Ich würde sowieso nicht schlafen gehen. Alter, wieso ich verarschen? Ich wünsche mir momentan für eine Reichweite die Scheißwegskriegballen. Willst du Steine als Knastbetten nehmen oder? Ich dachte jetzt zum Schlafen in Nacht. Nein, ich dachte mir mal, das war die Knastbetten. Ich habe keine Schafe. Ich habe keine Schafe. Ich habe Schafe gesehen, aber ob du die Schafe gefangen haben, weiß ich nicht. Ich glaube ich habe keinen gefangen. Den habe ich auch nicht. Den habe ich auch nicht. Okay, das habe ich auch keinen. Das haben wir gar keinen. Nein. Na gut, das wird nicht das schlimmste Problem sein. Na, ich glaube ich habe es nur noch heute bei mir. Das war auf Pause. Muss ich mal gucken gehen. Ansonsten, die Doktorwohner haben ja auch noch ein paar Lampen. Schlampen. Ja, ne, die lass mal. Lass mal den dort mit uns. Bitte. Warum nicht hier schon der Gammeltausch? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Boah, ich habe gedacht, die siehst du nicht gleich. Was ist denn hier? Ich fände aber auch jetzt aus, seitdem du es gesagt hast, dass da ein Jungle ist. Ich bin davon nie aufgefallen. Wie schön haben wir uns auch so eine erste Folge für sich, Jungle, gefreut und so. Ja, Jungle. Ne, da haben wir ja die Kühe hier unter anderem. Krüsch. Prozent Alter das weißt du schon nicht mehr weil ich nicht mehr und ich dachte und ich dachte ich bin alter Mann ich weiß nicht mehr was wir als Stimmtschirm schon das schon ein Blues Bild das ist noch ein bisschen das sind ja auch eine Zeit lang nicht mehr aufgenommen weil es da sehr sehr häufig kam ja und jetzt ist das eigentlich gar nicht und man nicht du weißt auch noch nicht ja ich habe es gesagt im Moment so ok zählst an einem hohen das ist 9 bei die der Kürzer und er ist er in Ordnung eines sind ein bisschen wenn man es nicht mehr so mit dem Dschungel ich bin in den Leben ja aber ich bin nicht auf dem Weg zum Dschungel und ich bin nicht auf dem Weg zum Dschungel ich habe eine mit Effizienz also ich mache schon als ich bin seit auf dem bg und ich bin schon da ja sie wieso siehst du wenn ich nicht bin diese jahre noch nicht der ich bin nicht gut dass ich nicht diesbekommen erst mal nur auf Hälfte zahlen bei diesen Schaub bis dann auch schon mal eine Reihe sind 1 2 macht ihn nicht gut mit so haben wir denn das schiebe die die der Mann zu sagen die Nähe nun bei einem in Teil Prozent durch die Einrichtung weil die Jahrhundert auch die Welt und man bei mir in einer diversen Kiste ja durch Mundart im Dschungel und holen ja ich auch aber nicht nur Holz nicht nur Holz sondern und 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 ich will nicht immer den und weiter ich will nicht und ja aber jetzt schon und und ja und 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 ich ja und 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 ich ein weil und wenn und und noch ein paar wenn wir füllen in zwei Hühnern und jetzt wird die Mauer ich habe noch ein bisschen was er hat warum ist noch nicht eingefahren nicht und das ist ein guter Sohn Geisterst und wenn er nicht in der Ruhe die Gründung von Zahnpäck der Nürnberg der Nürnberg von der und bei der sie immer ein paar auch so ich bin ich bin ja nur hier noch mehr mit dem hauen und ich bin mir nicht so gut ich bin ich bin ich habe in der neuen Sache das ist der die Schauspieler das war so er ist okay und wo ich erst mal so ein Scheiß Seil oder zumindestens brauche ich Steinziegel wobei ich beides nicht habe das bin ich so scheiße Mann kostet mich das an da brauchst du Steinziegel oder brauchst du Steinziegel wo hier K nur Papa Lachl Danke Ich brauche dich um dich zu machen Ich brauche dich um dich zu machen Alles klar Go 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 Du darfst es auch sein lassen So und ich hier nur besser jetzt kommt gleich der Daddy Trick wie kriege ich ganz viel Holz Hm Entschuldigung Daddy Trick Scheiß mal Seitdem es den Dschungel gibt es den schon aber gut Ja Aber ich weiß es trotzdem lange Komm schon du Scheiß Wunsch